Die Musik ist so richtig sexy. Da sehe ich mich so in der Bar mit meinem Aperol in der Hand in der Ecke sitzend. Und dann schaue ich sexy in die Gegend, dann kommt diese Musik und dann sehe ich diesen Typen da drüben, mache so. Und dazu kommt diese Musik. Fühlt ihr das? Nein? Ich auch nicht.